Hallo Freunde, Cosmic Comic Writer hier. Ich präsentiere euch heute mal wieder so ein klitzeklitzekleines Büchlein, nämlich den Absolute Carnage Omnibus. Viel Spaß. So, und da haben wir das gute Stück, der Absolute Carnage Omnibus. Das gesamte Event hier, der Buchrücken, eine wunderschöne Dust Jacket drumherum. Aber, was sehen wir hier? Donny Cates und Ryan Stackman haben das natürlich gemacht, klar. Und hier sehen wir, was alles enthalten ist in dem guten Buch. Preis sind 100 Dollar, entsprechen natürlich weniger in Euro. So, und dann packen wir den mal aus der Dust Jacket aus. Weil das ist nämlich das Schöne hier dran. Wir haben nämlich ein unfassbar geniales Wrap-Around-Part-Cover. Und das zeige ich euch einmal kurz. Da haben wir das Gute. Das sieht ihr wohl unfassbar schön aus. Hat auch eine schöne Haptik. Macht wirklich Spaß, allein schon das Buch anzuschauen. So, aber dann geht es mal ins Innere des Buchs. Rot. Und dann fängt das direkt an mit einem wunderschönen Cover. Und der Table of Content. Hier ist alles aufgelistet, was hier drin ist. Fängt halt an mit dem eigentlichen Event, dann mit Venom. Und dann mit Amazing Spider-Man, Absolute Carnage Miles Morales, Scream, Liesel Protector, Deadpool, Symbiote Spider-Man und bla bla bla. Noch einiges mehr. Und dann fängt es hier direkt an mit ein wenig Content von einem Free Comic Book Day. Äh, ja. Kurzer Spin-Off zu der, also Einleitung zu dem Absolute Carnage Event. Und das war anscheinend in dem Free Comic Book Day Heft drin. Gute Sache, dass sie das hier dann direkt an den Anfang gepackt haben. Sind nur ein paar Seiten. Und dann geht es hier los mit dem eigentlichen Event, Absolute Carnage Nummer 1. Von Ryan Stagman und Donny Cates. Und das ist halt einfach optisch ein absoluter Genuss. Ich will jetzt gar nicht genau auf die Handlung eingehen, weil vielleicht wollt ihr das noch selbst lesen. Aber die Bilder kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das ist ja wohl absolut übertrieben. Völlig genial. Ich feiere das Event auch irgendwie total ab. Wo ich sagen muss, ich habe jetzt auch schon gehört, dass es ja hinter Kritik steht, weil es ja, würde ich sagen, ja, kein, also ohne King in Black ist es halt nix, das Event eigentlich. Und das, ja, kann man sagen, muss man nicht. Was ich hier an sich sehr schön finde, hier haben wir dann Heft Nummer 5 übrigens. ist zum einen, dass wir hier diese ganze Symbionten-Geschichte haben. Das geht mir halt an sich gut ab. Seit Null eingeführt wurde, finde ich, und die ganze Symbionten-Welt umgekrempelt wurde, das macht unfassbar viel Spaß. So, hier sind wir schon bei dem Venom-Run, dem eigentlichen. Das war dann ganz witzig, weil ich den ja schon kannte. Und da dachte ich so, Moment, das habe ich doch schon mal gelesen. Aber gut, das war halt auch schwierig, weil ich auch das Absolute Carnage Event 1 bis 5 schon gelesen hatte. Aber ich wollte halt jetzt einmal alles in einem Buch halt haben. Dafür kaufe ich mir halt auch ein Omnibus des Modern Age, ne? Weil ich habe nicht alle Tie-Ins und alles mitgenommen bei der Geschichte hier. Ne? Weil muss man ja nicht jedes Event mitnehmen. Und so hat man das komplette Event in einem. Rundlegend geht es dann halt weiter mit den verschiedenen... Hier haben wir dann zum Beispiel Scream. Auch richtig cool. Scream Curse of Carnage. Waren drei coole Hefte, die da drin sind. Wurde ja, glaube ich, insgesamt gar nicht mehr fertig veröffentlicht, Scream. Also nur noch digital. Und was haben wir noch? Da waren noch ein paar... Ja, kommen so langsam in die Mitte vom Buch. Aber ihr seht, es ist... Das ist auch das, wo ich dem Buch hier sehr gut... Also, dass ich dem Guteil halte. Das Artwork ist eigentlich durchweg auf einem richtigen Top-Niveau. Also kein, so... Wie soll ich sagen? Kein so Standard-Mist oder so Standard-Marvel-Zeug. Das sind echt... Jetzt guckt sich das einer an, ne? Da sind wirklich... Da haben sie für das Event so richtig coole... Ja, richtig coole Artists am Start gehabt. Ne? Und hier... Das ist schön. Darum geht es ja hier, ne? Die Kodizes aus den Rückrädern rausziehen. Von jedem, der schon mal besessen war. Ja, schön. Da gab es ein paar... Ein paar Teil-Ins waren so... Hätte nicht sein müssen. Ein schönes Hulk-Splash-Page, ne? Und grundlegend... Gibt es hier eigentlich nichts zu meckern. Außer die Anordnung. Da muss ich auch sagen, das hat mir... Gar nichts dazu gesagt. Wir haben hier... Bevor ich jetzt zum Bonus-Material komme... Wir haben hier im gesamten Buch... Keine chronologische Anordnung. Es ist einfach... Zuerst kommt Absolute Carnage. Dann kommt Venom. Dann kommt das. Es ist einfach nur mal wiederholt quasi... Den Inhalt des Events... Mit jeder... Mit jedem... Mit jeder Reihe neu, ne? Das fand ich ein bisschen... Dämlich. Das hätte man auch von mir aus... Lieber... In chronologischer Reihenfolge machen können. Weil ich dafür eigentlich normal auch ein Omnibus kaufe. Aber... Hat der Sache auch gar nicht so den Abriss getan. Weil das Event ist ja nur 5 Hefte groß. Und eigentlich... Ist okay. Kann man so machen. Muss man nicht, ne? So, dann kommen wir hier... Noch zu so ein bisschen Zusatzmaterial. Inklusive diesem... Boah. Dann haben wir hier die ganzen... Ravencroft-Daten. Finde ich halt cool, dass sie das hier auch alles reingepackt haben, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo die drin waren. Ich glaube... In den verschiedenen Heften waren die dann teilweise mit drin, ne? Diese... Diese Zettel hier, ne? Das ist cool. Hier, Daily Bugle, Maximum Carnage. Cooles... Cooler Bonus, ne? Haben sie halt hier gemacht wie... Ja, das ist halt so... Question-Answer-Zeug, ne? Und dann haben wir noch eine Cover-Galerie. Na, ach was. Die ist natürlich auch... Unfassbar toll. Also... Allein für das Artwork lohnt sich eigentlich das Buch hier. Muss ich einfach mal so sagen. Ich bin ja keine... Ja... Das ist nicht grundlegend empfehlen, weil das Event muss man ja auch mögen oder gut finden. Ist auch cool mit diesen Spielfiguren als Cover, ne? Hier die Connecting-Cover sind natürlich auch unfassbar geil. Habe ich alles nicht mitgenommen? Macht aber nix. Und dann haben wir hier noch ein schönes... Ein paar Zeichnungen. Ja, hier auch wieder... Die Connecting-Cover von Absolute Carnage Miles Morales Nummer 1. Ist auch cool, ne? Also wenn man die auch mal mitgenommen hat, das sieht wahrscheinlich an der Wand unfassbar cool aus. Ja, natürlich. Das Scream-Cover überhaupt, ne? Das musste ja sein, ne? Auch mal Connecting-Cover, diesmal von Scream. Scream ist auch so ein Charakter, der geht mir eigentlich... Der gefällt mir richtig gut mittlerweile, ne? Jetzt eben mit King in Black. Da hat er jetzt auch einen kleinen Auftritt gehabt. Also ich bin mal gespannt, was da noch gemacht wird. Deadpool-Virial Connecting-Cover. Noch mehr... Also, wie gesagt, das ist hier eine komplette Cover-Galerie. Jetzt kommen noch ein paar Gadgets. Schöne Sache. Und... Das war's schon. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem wunderschönen Buch hier haltet. Und von dem ganzen Event Absolute Carnage. In diesem Sinne... Ciao, euer Ryder. So, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Leutert die Glocke, damit ihr keinen Content mehr verpasst. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das Omnibus-Format gefällt. Das habe ich zwar schon zehnmal gefragt, aber egal. In diesem Sinne... Ciao, euer Ryder. Danke. Danke. Danke.